Der kleine Bär schleicht immer noch um unsere Lagerung. Wir haben jetzt schon ein paar Mal vertrieben. Das stört ihn überhaupt nicht. Deswegen ein eindringlicher Appell an alle Schau dir das ist campy an. Es liegt bei Flusskilometer 533 auf der Karte und der Bursche ist also hundertprozentig schon des öfteren angefüttert worden. Macht das nicht. Jetzt ist er noch friedlich. Der wird groß. Das ist sein Revier und das wird er euch gegenüber verteidigen. Schaut wenn er dem Burschen begegnet, dass er ihn fernhaltet von den Menschen. Alles andere ist Humbug. Lasst es sein. Wenn er das nicht mehr im Griff nimmt, dann sind wir gerade sie. Das ist mein Lieblingsbuss. Der hat sich ein bisschen am besten mit einem Schraubchen. Das ist unser Schraubchen. Der hat sich mit einem Schraubchen.